macht er denn da kaputt machen siehst du doch punkte fast geld sagen ja fast ja dann wartet er halt das ist auch gut was hat er da bei ihnen fast gut geht doch kaputt das ding so konsolen hier gesehen dass du zu erzählen papieren müssen genauer gesagt wir gehen zu euch da lang gelaufen jetzt gerade hier rein ab da hinten ganz ich dachte ich die treffe ein schuss voll in den arsch ok vielleicht einmal so wie vielleicht einmal hier kann man auch eingehen übrigens da ist natürlich irgendwie ab hier kann ich gar nicht weiter ok also müssen müssen wir irgendwann wahrscheinlich gibt es nur ein weg geben müssen das kann auch hier verbunden sein weil ja kann auch sein dass ich sehe hier da hat doch es verbunden hier bist du ja das ist aber ganz schwierig ja das sehe ich auch so ich habe es fast vergessen stellen ganz lang ich wusste jetzt keine stimmt wir kriegen ja jetzt auch punkte beim lösen das ist aber noch ein bisschen verwirrend für mich ach so ein bisschen gleichzeitig drücken oder jetzt musst du drücken ich drücke drücken ok ja ja das ist richtig da müssen wir entscheiden kombiniere kombiniere die beschießen dich ja ich weiß geschlecht gefrühstückt da los haben sie deine bombe weg da das ist dann so da geht die story weiter wie wunderschön ja bitte die hauptsteuerung für den energiestrahl gefunden der das schiff festhält ich muss alleine gehen die macht wird mit dir sein immer die prinzessin sie ist hier ich fürchte ihre exekution ist schon geplant wir sehen uns beim schiff ja nun ja nun ja nun ich bin nicht einfach muss ich ja machen ach das kann nur einer nach das kann nur prinzessin machen wahrscheinlich hier gar nicht ja bei dem teil hier irgendwie gar nichts ach so hier kann nur ein blick haufen leute rennt dann auch zu mir in eine bombe hat alarm alarm das ist was schönes ja er macht es doch vieles einfacher das stimmt und leider wollte ich hoch das kann er doch nicht bombardieren ja jetzt das ist blöd oder wir können das hier aber gut aber nicht an das habe ich nicht gesehen genau was will er denn vielleicht haben wir auch so funktioniert ja sie ist ganz aufregung schon umsonsten müssen wir hier lang oder geht es unten auch noch lang nur also das ding zeigt hier an und das andere war ja wie so ein was so auch ja 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 Okay, das ist schon mal gut. Gut. Ist die los? Erst mal Larm ausmachen hier. Ja, aber wirklich. Hab ich schon. Ach, das ist ein anderer. Das bist gar nicht du. Okay. Nee. Endlich, löse mich mal eben ab. Ich muss gut wohin. Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringungen wahren und so. Was will ich denn jetzt hier? Äh, weiß ich nicht. Ich will einfach hin, teleportiert. Da will ich noch gar nicht hin. Wir haben zu viele Punkte noch. Ach. Achso, da kommen wir gar nicht mehr raus, oder was? Ja, jetzt momentan gar nicht. Das war einfach so instinktiv. Ich glaube, ich merke das schon. Okay. Wo ist das Teil denn hin? Wahrscheinlich darauf, oder? Achso, nice. Okay. So. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ja, okay, hier noch mal ein bisschen hier rum, ne? Machen wir es kaputt. Ja, genau. Hier muss, okay, muss auch, jetzt ist es ein Leer wahrscheinlich hin. Oh, ach nee, hier waren wir ja. Okay. Okay, wir sind ziemlich gut dabei. Ja. Achso, der. Hey. Wo kommst denn du her jetzt? Engel. Oh. Okay, ja, dann stehe ich jetzt wieder vor dem Aufzähl. Ja, ich komme vorbei. Da waren aber noch viele Punkte. Stimmt, Chewie. Ja. Vorsicht, er hat sich losgerissen. Ich verstehe, na, wo ihr so auch in den Augen habt, da ist ja nichts passiert. Ja, mein Scheiß-Alarm aus hier. So. Ja. Alles wirklich gut. Wir haben alles unter Kontrollen. Situation normal. Was ist passiert? Eine unbedeutende Waffenfunktionsstörung. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also wie gewohnt. Vielen Dank. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktor-Lag hier. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukommen. Oh. Okay. Ich bleib mir treu. Nimmst du mich etwa auf den Armkumpel? Wird mein Bein. War sowieso ein langweiliges Gespräch. Luke, der kriegt gleich Besuch. Achtung. Ach, nice. Nice. Oh, Jedi. Nice. So, shall it be. Was ist das hier? Drücken. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Okay, ich ändere nur anscheinend. Huch. Ah, okay. Hier kannst du auch. Ah. Ah, da ist ein Zeichen drauf. Ah, da. Guck mal, und die Prinzessin hat dir auch ein paar Zeichen gemalt. Wie schön. Danke sehr. Danke, Frau Lea. Ja, was ist das erste Ding? Dreieck. Dreieck. Dann USB. Und dann Viereck. Oh. Ah, das. Ah, fuck. Ja, genau. Da war ich zu schnell. Ja. Und Viereck. Und Viereck. Okay. Okay. Ah, ich dachte, okay. Oha, da geht's ja weiter zur... Hm. Ah, nee, wir sind ja... Wir haben ja... Ja, ja, alles klar. Genau, genau. So klein und schon bei den Sturmtruppen? Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Kommen wir nicht raus. Das ist eine fabelhafte Rettung. Los, in den Müllschachstiger. Los, rein damit, ihr du hartes Bruder. Dann schimmst du halt. Was für einen betörenden Geruch, ihr entdeckt habt. Es könnte schlimmer sein. Es ist schlimmer. 3PO! Schalte dich 3PO! 3PO! Versteht ihr nur! Oh, geil. Das war eine Referenz. Ja. Die habe ich sogar verstanden. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Ins Auge! Oh! Oh! Hilfe! Kein Auge hier. Auf alle Fälle werden wir bald sehr viel dünn. Oh! Ich habe die Prinzessin getötet. Vorsicht! Die Wände bewegen sich wieder. Oh, oh! Was macht er? Hey! Komm, komm! Oh, oh! Es wird noch schlimmer! Die Wände bewegen sich wieder! Oh, ein lästiges Vieh! Ich bin alle Dösen retten aus der Elaktierung, Kinder! Das hätten den Helm auf! Wie geil ist das denn? 1PO! Da hast du mich! Das ist aber anscheinend tot! Ja! Was gefälligst ein bisschen nach da oben? Wir müssen irgendwas bauen! Diese Menschen sind blockiert! Wo sind sie? Das Sprechgerät? Oh, Schreck! Ich hatte es abgeschaltet! Verwünscht sei meine Blechfülle! Mein Armer! Hey, uns geht's gut! Hey! Hey, was ist die Rundfluggeaufeinheit? Nummer 3, 26, 38, 2, 7! Oh, den Sternen seid ihr! 1, 2! Warte auf mich! Die neue VT-16 ist ne Wucht? Ja! Verzeih die Störung! Aber er... Was war das? Ach, nichts weiter! Sicher wieder so ne Übung! Kommt, Freunde! Wir müssen schnell sein! Und leise! Also ehrlich, ich... Wo ist das? Das wäre es, die sind! Ja! Ja, Mensch, das ging ja... Das ging ja flott! Das ging wirklich flott, ja! Guck mal, da haben wir alles... Hm... Wahrer Lied! Der einzig wahre! Ja, nicht ganz! Die Herausforderungen... Naja, Minikids... Naja, nee... Nee, ein halber Jedi... Ja... Kann man, ähm... Besser machen... Kann man bei Wisch bestellen, ja! Ja! Ich hab mal ein conventions... looks... Ja, klar... Ja, klar...